Kenne deine Möglichkeiten. Unser Tipp heute, internationale Jugendbegegnungen. Du möchtest gerne mal ins Ausland? Du bist dir aber unsicher und weißt nicht, welche Möglichkeiten es für junge Menschen mit einer Beeinträchtigung oder Behinderung gibt? Wenn du für kurze Zeit ins Ausland willst, sind vielleicht internationale Jugendbegegnungen das richtige für dich. Hier lernst du andere junge Menschen aus verschiedenen Ländern kennen. Jugendbegegnungen gibt es zu ganz verschiedenen Themen. Das kann ein Theater- oder Tanzprojekt sein oder ihr bearbeitet ein geschichtliches Thema, lernt was über Nachhaltigkeit, dreht einen Film oder macht Sport. Internationale Jugendbegegnungen finden meist in den Sommerferien statt und dauern eine bis drei Wochen. Du brauchst keine Vorkenntnisse. Hauptsache das Thema interessiert dich. An Jugendbegegnungen kannst du teilnehmen, wenn du zwischen zwölf und 30 Jahren bist. Sie sind relativ kostengünstig und werden von pädagogischen Fachkräften begleitet. Kosten, die aufgrund deiner Beeinträchtigung und Behinderung entstehen, können übernommen werden. Wenn du Fragen hast, wir von Beze beraten dich gerne. Unser Angebot ist kostenfrei.